Herzlich willkommen bei Tiermaestro, dem Tierkanal. Auf diesem Kanal haben wir wissenswerte Informationen und spannende Fakten aus unseren redaktionellen Arbeiten in Videoform für euch zusammengetragen. Über einen Daumen hoch und ein Abo würden wir uns freuen. Bei Fragen hinterlasst uns gerne ein Kommentar. Die Filtrapure Filterreihe verfügt über ein einziges Kammerfiltersystem mit einer Vielzahl von Filtermedien, um Teichwasser zu filtern. Auf eine biologisch-mechanische Weise filtert sie das Wasser durch verschiedene Filtermedien. Dank des Filtermediums und des Filterschwamms bietet dieser Filter schnelle und effektive Filterleistung. Dieser einfache, aber effektive Filter kann im Handumdrehen am Teich vorbereitet und installiert werden. Alle in diesem Video angesprochenen Empfehlungen findet ihr unterhalb dieses Videos in der Infobox. Dort findet ihr nicht nur das aktuelle Top-Angebot, bei dem ihr sparen könnt, sondern auch finden sich in der Videobeschreibung die wichtigsten Informationen zu diesem Video und weitere Tipps. Nun weiterhin viel Spaß mit dem Video. Das Volumen beträgt 16 Liter und ist einsetzbar für Teiche bis 1000 Liter, mit Fisch, oder 2000 Liter, keine Fische drinnen. Diese Reihe kommt mit einer Teichpumpe und einer UVC-Lampe. Farbe, Schwarz, Kabellänge, 10 Meter, Filtervolumen, 16 L, Leistung, 230 V, Abmessung, 29 x 39,5 x 22 cm, mit eine Teichpumpe 600 L pro Stunde, 16 W, mit einem zusätzlichen Rohr und integrierte UVC-Gerät, 5 W, für Teiche mit Fischen bis zu 1000 L, ohne Fisch bis zu 2000 L. Wir freuen uns über ein Abo und einen Daumen nach oben. Vergesst nicht in die Videobeschreibung zu schauen. Bis zum nächsten Mal bei Tiermaestro.